Alle Spiele der BQBWL live und Highlights for free, nur hier, Telekom Basketball. Die legten dann gleich auch los. Blockshot von Wohlfahrt Bottermann und dann ging der gelbe Express ab. Wohlfahrt Bottermann blockt den Weg frei für Jordan Taylor. Das ist die Initialzündung für einen Lauf, für einen spielentscheidenden Lauf der Berliner.